Liebe Egelsbacherinnen und Egelsbacher, liebe Interessierte an unserem Heimatort Egelsbach, haben Sie nicht auch das Gefühl, dass Weihnachten 2023 wie jedes Jahr wieder sehr überraschend und viel zu früh gekommen ist? Gut, da Heiligabend auf einen Sonntag fällt, haben wir dieses Jahr tatsächlich die kürzestmögliche Adventszeit erlebt. Aber ich finde, daran liegt es nicht. Mein Eindruck ist, dass wir die ehemals besinnliche Zeit vor dem Fest inzwischen so vollgepackt haben, mit Terminen und Veranstaltungen, mit Einkäufen und Vorbereitungen, dass man überhaupt nicht mehr zum Durchschnaufen kommt. Auch ich habe in meinem Amt zur Vorweihnachtszeit gut zu tun. In den letzten zwei Monaten haben wir den Haushalt beraten und beschlossen, die Bürgerversammlung durchgeführt, Das Rathaus wurde von den Narren gestürmt. Wir haben am Volkstrauertag der Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung gedacht, genauso wie der Opfer der Reichsburg-Romnacht und des Holocaust. Darüber hinaus fanden eine Reihe von weiteren Veranstaltungen statt, wie der Egelsbacher Adventsmarkt, viele Jahresabschlussveranstaltungen und Weihnachtsfeiern, sowohl innerhalb der Verwaltung als auch bei vielen Vereinen im Ort. Wenn ich aber mit den Menschen spreche, dann geht es nicht nur mir so. Die allermeisten Menschen verbinden mit der Vorweihnachtszeit nicht mehr Vorfreude und Besinnlichkeit, sondern vor allem Stress. Hinzu kommen die vielen Krisen. Das alles versetzt viele von uns, auch mich, in einen immer wiederkehrenden Alarmzustand, der ermüdet und frustriert. Und doch haben wir es auch in diesem Jahr geschafft, erfolgreich durch diese stressige Jahreszeit zu kommen. Und nun steht Weihnachten endlich vor der Tür. Das Fest der Liebe. Auch für Menschen, die mit christlichen Traditionen und Kirchen in ihrem Alltag wenig zu tun haben, ist es ein Fest der Besinnung, des Zuruhekommens. Es sind die Tage, die wir mit unseren Liebsten verbringen, in denen wir anderen eine Freude machen wollen, in denen wir zur Ruhe kommen können. Meine Lieblingszeit ist schon lange die Zeit zwischen den Jahren. Schon als Kind hatte ich das Gefühl, dass in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr die Zeit irgendwie stehen bleibt. Viele Geschäfte und Unternehmen sind geschlossen. Es gibt bis zum neuen Jahr nur wenig zu tun. Es ist die Zeit des Rückblicks und des Ausblicks. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es so wichtig, sich immer mal wieder auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Kraft und Zuversicht zu tanken, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Deshalb sind die anstehenden Feiertage für uns alle so wichtig. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, das Fest der Liebe auch als solches zu erleben. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, Freude, Zuversicht und vor allem Liebe zu tanken. Dies sind die Kräfte, die wir alle brauchen, um die Herausforderungen des kommenden Jahres erfolgreich zu meistern. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Zeit mit Menschen genießen können, die Ihnen Liebe schenken. Dass der Heilige Geist der Weihnachtszeit Sie beglückt und stärkt. Kurzum, ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Für alle diejenigen, die an den Feiertagen arbeiten müssen, das medizinische Personal, Mitarbeitende bei Energieversorgern und Verkehrsunternehmen, Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute und alle andere, die dafür sorgen, dass der Rest von uns das Weihnachtsfest unbesorgt feiern können, vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Uns allen ein frohes Fest, eine besinnliche Zeit zwischen den Jahren und einen guten Start ins neue Jahr.